Die Enttäuschung ist extrem enttäuschend, unfassbar bitter, weil wir es über lange Strecken gut gemacht haben. Viel wegverteidigt, wirklich ein Kompliment an die Mannschaft, in jeden Ball reingeschmissen. Und dass du dann in den letzten sechs Minuten das Spiel noch aus der Hand gibst, tut weh. Auf jeden Fall ist die Enttäuschung sehr groß. Wir haben echt gut gekämpft als Mannschaft, auch sehr gut verteidigt, auch unsere Angriffe auch gut ausgespielt und diesen Ballbesitz, was wir teilweise haben wollten, hatten wir auch. Klar, das Spiel geht halt dann 90 Minuten und dass wir dann in den letzten fünf, sechs Minuten dann zwei Tore kassieren, ist schon sehr bitter für uns. Leverkusen ist die Mannschaft der Saison, spielt eine unglaubliche Runde, unfassbar viel Qualität. Nichtsdestotrotz haben wir es gut gemacht, haben immer wieder Nadelstiche gesetzt durch Konter. Hätten wir vielleicht den einen oder anderen besser ausspielen müssen oder können, dass du dann vielleicht aufs 2-0 stellst und dann auch was Zählbares mitnimmst. So hat es leider nicht gereicht. Der Druck wurde immer größer. Es sind Flanken ohne Ende reingeflogen bei uns, den Sechzehner. Am Ende kannst du nicht alles verteidigen. Tut weh. Trotzdem müssen wir das Spiel analysieren, das Positive draus ziehen und nächste Woche besser machen. Wie wir als Mannschaft agiert haben auf jeden Fall, dass wir zusammen verteidigt haben und auch uns gefeiert haben bei jeder kleinen Aktion und uns wirklich auch Schritt für Schritt und von Spielspiel auch verbessern als Mannschaft und das kann man alles mitnehmen, das Positive. Ja, es fühlt sich natürlich gut an, wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Ja, ich kann das nicht auf der Tribüne sitzen und der Mannschaft zuzuschauen, sondern es hat mir unglaublich gefehlt, wieder mit den Jungs unten auf dem Rasen zu stehen. Hat mich gefreut, wieder dabei zu sein. Ich hoffe, nächste Woche wieder mit Punkten. Wir müssen das mitnehmen, wie wir auch agiert haben als Mannschaft, wie wir gekämpft haben und auch unsere Offensivabläufe hatten teilweise echt gute Aktionen auch. Die Sachen müssen wir mitnehmen für das nächste Spiel und dann müssen wir auch nächstes Spiel die drei Punkte mitnehmen. Musik